Jo Leute, ich bin's wieder. Ich bin gerade auf dem Weg zur Schule. Wie... Wird das jetzt so größer? Wir... Ich und mein Bruder gehen gehört zu meinem Bruder, seinem Freund. Gut. Wir laufen dann mit denen weiter und... Ja. Fahrrad? Kommt. Ja, das ist ein Auto jetzt. Wie ihr seht. Auto! Hä? Ja. Ja. Jetzt kommt eine Frau. Jetzt bist du fast so groß in die ganze Schule. Ich muss mir leise sein. Was ist das Geld? Bist du in den Ernst? Hm, da ist den schon... Ich hab doch hier... Boah, mein Bruder hat mich gerade voller Schreck... Das hat... Also von meiner Mutter, die Freundin... Hat... Nein, meine Mutter hat mir... Hat uns beiden Geld gegeben... Und meine Mutter ist jetzt auf Arbeit. Aber... Meine Mutter, ihre Freundin... Hat auf... Ist halt gekommen... Ja, hat uns aufgeweckt und so. Und... Hat uns aufgeweckt... Und... Jetzt, wo wir jetzt auf dem Weg waren... Mein Bruder... Mit voller Schreck... Und... Hat... Hat er so gesagt... Wo ist das Geld? Habe ich schon gesagt, das Geld ist wirklich weg. Aber es war nicht weg. Wie gesagt, beim... Vlog... Meinen ersten Vlog... Da... Mache ich auch jetzt... Plays... Dann mache ich noch... Drinks... Challenges... Zum Beispiel... Zitronen-Challenge... Oder... Keine Ahnung was... Ja... Und... So... Also ganz easy peasy... Ich werde jetzt noch mal einen Schlupf trinken... Bäh... Ich mache jetzt... Warte... Mein Bruder... Hätte ich... Ja Leute... Habe ich überhaupt keinen Bock... Das ist ja nicht zu halten... Aber... Hä? Ich habe überhaupt keinen Bock... Das ist ja nicht zu halten... Aber... Naja, denn sowas trinkt mich... Okay... Boah Leute... Der Regen hat demnächst hier... Wir sind erst aufgestanden... Wir sind richtig müde, Alter... Wir sind um 1... ... ins Bett gegangen... Boah das... Und wir haben den ganzen Tag... ... ganze Nacht... ... ganz heute nur... ... eure Videos... Ah, ich kriege das nicht mehr rein. Okay, ich kann weitergehen. Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Einen Schluck getrinkt. Ich werde auch mal meinen Vater oder so prinken, oder Butter. Vielleicht will ich den März nattern. Ich werde Nutella mit aufs Kluge nehmen. Nein, nein. Hä? Das wird doch immer noch. Aber Mami nicht. Habe ich auch schon erzählt. Was nicht gemacht ist. Ich fand es so lustig, ich muss es immer weiterziehen. Dann mache ich es zum Arm, ja. Ja, weißt du. Da wird die Tür aufreißen. Da wird die Tür aufreißen. Da hat es nicht so eingeholt, Armin. Da hat es ja für sie mal hingewiesen. Ich spiele kein Klisch auf Klansch mehr. Was wollte ich jetzt sagen? Ich würde das halt beim Armin machen. Und, ähm... Ich würde bestimmt die Tür aufreißen und in mein Gesicht fühlen, ne? Warum kannst du die Tür aufreißen? Warum kannst du die Tür aufreißen? Ich weiß nicht, wie ich sie nicht fühlen kann. Ich weiß nicht. Aber jetzt hört es bisschen sonnig, dann sieht man mich nicht. Ja, das wird jetzt nichts sein. Das war's auch mit dem Video wieder. Das war's auch mit dem Video. Ich weiß nicht mal, wenn ich die Tür aufreißen muss.